Es ist kalt geworden, die ersten Blätter liegen schon auf dem Boden. Es scheint, der Sommer ist vorbei. Nach allem Aufblühen und Wärme und Licht tanken, heißt es jetzt wieder loslassen. Auch die Pflanzenwelt muss loslassen, ihre Samen und Früchte. Die Trauben sind reif, wie die Äpfel und der Mais, und so vieles mehr. Es ist ein ewiger Kreislauf. Alles folgt einem Rhythmus. Vieles ist wiederkehrend, manches einzigartig. Das Leben verläuft von der Geburt an, über das Kindsein, die Jugend, das Erwachsensein hin ins Alter und bis zum Sterben. Aber auch jede dieser einzelnen Etappen des Lebens bringt wiederum ein eigenes, geboren werden und sterben mit sich. Ein Ergreifen und ein Loslassen. Ein Lebensrat. Und das letzte Loslassen wird dann wohl das schwerste sein? Doch wir haben Hoffnung und Zuversicht. Unser Wochenspruch für die kommende Woche steht in 2. Timotheus 1. Christus, Jesus, hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Durch das Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Freudenbotschaft. Wir dürfen leben, denn Jesus lebt. Und auch wenn unser Körper eines Tages alle Kraft verlieren wird und wir aus diesem weltlichen Lebensrat aussteigen, so haben wir seit der Auferstehung von Jesus Hoffnung, berechtigte Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott selbst. Leben bedeutet, heute den nächsten Schritt vorwärts zu setzen, in die Zukunft zu investieren, hoffnungsvoll in diese neue Woche zu schauen. Ganz egal, in welcher Etappe des Lebens ich mich befinde und welches Loslassen ich gerade einüben muss. Ist es vielleicht das Loslassen eines Rundumversorgtsseins im Elternhaus oder das Loslassen von Freunden bei einem Schulwechsel, das Loslassen von Fähigkeiten oder Möglichkeiten beim Älterwerden oder bei Krankheit. Loslassen ist nie leicht. Verlust schmerzt. Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir wissen, dass unsere leeren Hände nicht leer bleiben, sondern immer wieder aufs Neue gefüllt werden. Das Wissen von Ostern, der Glaube an die Auferstehungskraft Jesu, verändert unser Hier und Jetzt, unser Heute, unseren Alltag. Denn Ostern auf Verstehung bedeutet Geschenk, bedeutet die Fülle, bedeutet Leben. So auch, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir lassen los, was uns bedrückt, was nicht dem Leben dient, was uns entfernt von Gottes Nähe und bringen es vor ihn, damit wir mit leeren Händen vor den Altar treten können. Und dann vertrauen wir darauf, dass er, der Allmächtige, der kann und der Barmherzige, der will, unsere leeren Hände füllt. Amen.